Mit der Nr. 3 Möhrensbohr aus Niederlande. Mit der Nr. 12 Aufsteigerin Wienke-Bömerhoff aus den Niederlanden. Mit der Nr. 6 Marlon Wienstra Niederlande. Eine von zwei deutschen Fahrerwänden in diesem Finale. Mit der Nr. 7. 40 Nervy Schuster. Mit der Nr. 6 Niederfeindeburg Niederlande. Mit der Nr. 7 Niederlande. Mit der Nr. 181 Adair Jakobs Niederlande. Mit der Nr. 46 Nr. 1 Deutschland. Verdammt! Nächste Vereinung, 0-1-2, Wieske Möller auf der ersten Position! An zwei! Wer ist an zwei, über drei! Wieske Möller auf der ersten Position! Aber Wieske Möller auf der ersten Position! Dann hat Wieske Möller vorbei! Wieske Möller auf der ersten Position! Auf der zwei, auf der drei, über sechs Barabetscher!